Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. In den vergangenen Tagen gab Entwickler Dovetail Games erste Informationen zum neuen Creators Club für Transom World 2 bekannt. Der Creators Club für Transom World 2 ist ein kostenloses Feature, welches in den kommenden Wochen in die Beta-Phase gehen soll. Der Creators Club ermöglicht es, Transom World 2 Spielern auf allen Plattformen ihre selbst erstellten Inhalte für TSW 2 untereinander zu teilen. Dieses Feature soll laut Entwickler Dovetail Games komplett kostenlos sein. Einen ersten Überblick über den Aufbau dieses Programms zeigt der Entwickler Dovetail Games nun in verschiedenen Features. Zunächst wirkt der Creators Club sehr übersichtlich. Unter dem Menüpunkt Hub sieht der Spieler eine Übersicht über die Features dieses Programms sowie über die am meisten angesagten, also beliebtesten Mods für dieses Spiel und die neu hochgeladenen Mods. Zu Mods zählen, wie schon erwähnt, Lackierungen und Szenarios. Unter dem Menüpunkt Deliveries findet der Spieler neue Lackierungen für die in Transom World 2 vorhandenen Züge. Und im Punkt Szenarios, wie sich eigentlich vom Namen schon selbst ableiten lässt, neue von Spielern erstellte kleine Fahrplan-Szenarios. Unter dem Menüpunkt Subscriptions kann der Spieler seinen beliebten Moddern folgen. Und unter dem Menüpunkt My Mods sieht der Spieler seine selbst erstellten Werke. Auch kann der Spieler sich zu jedem Mod natürlich nochmal ein genaues Detail anschauen. Hier zum Beispiel ein Detail zu einer neuen Lackierung für eine amerikanische Diesel-Lokomotive. Und hier sehen wir ein weiteres Beispiel, diesmal eine englische Lokomotive, welche eine neue Lackierung erhalten hat. Und hier sehen wir das Ganze aus Sicht eines Modders. Also ein Spieler, welcher selbst eine Modifikation, also eine neue Lackierung erstellt hat, muss hier natürlich verschiedene Menüpunkte einhalten und verschiedene Kriterien erfüllen, bevor er sein eigenes Mod veröffentlichen kann. Auch hier sehen wir ein weiteres Beispiel für eine Lackierung, wieder bei einer amerikanischen Diesel-Lokomotive. Der Transom World 2 Creators Club soll ein kostenloses Feature sein. Jedoch ist es erforderlich, um dieses Feature zu nutzen, dass der Spieler sich bei Dovetail Games, genau gesagt auf der Seite von Dovetail Live, anmeldet. Der Link dazu befindet sich in dem Artikel, welcher in der Videobeschreibung verlinkt ist. Eine Registrierung bei Dovetail Games hat mehrere Vorteile. Nicht nur, dass der kommende Creators Club dann genutzt werden kann. Auch jetzt kann der Spieler schon zusätzliche Transom World 2 Features nutzen, wenn er seinen Transom World 2 Account mit der Seite von Dovetail Games verknüpft. So ist dann die Teilnahme an Meisterschaften verfügbar. Außerdem kann der Spieler auch direkt im Online-Shop von Dovetail Games DLCs für TSW 2 kaufen. Auch dort finden gelegentlich Sales statt. Die Meisterschaften sind verschiedene Sonderaufgaben für die Transom World 2 Strecken. So beispielsweise gibt es aktuell eine Aufgabe für die deutsche Strecke Tarant der Rampe, dass ein Szenario mit der V60 abgeschlossen werden muss und eine weitere Aufgabe, wo eine Strecke von 1200 Metern gelaufen werden soll. Erledigt ein Spieler diese Aufgaben erfolgreich, so können zusätzliche Inhalte für den Lackierungseditor freigeschalten werden. Und das war soweit das Wichtigste zum Transom World 2 Creators Club. Was ist eure Meinung zum TSW 2 Creators Club? Freut ihr euch auf dieses Feature? Werdet ihr den Creators Club nutzen? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis dahin fürs Zuschauen und fürs Drühen. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise. Ich freue mich, wenn ihr euch in den nächsten Video habt.